Sie hören? Mein Herz gehört dir. Von Marie Foss. Aus dem Amerikanischen von Tanja Hamer. Gelesen von Christiane Marx. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Die Sirup-Hersteller von Vermont sind diesen Winter ziemlich misstrauisch, was das Wetter angeht. Nachdem letztes Jahr im März eine Hitzewelle den Saftfluss abrupt gestoppt hat. Als Reaktion darauf haben wir beschlossen, so früh wie noch nie mit dem Anzapfen zu beginnen. Am 6. Februar. Das sind schon zwei Wochen. Es klingt unbedeutend. Doch es fühlt sich an, als würde man Weihnachten auf den 11. Dezember verlegen. Colton Abbott hatte sich nie für einen besonders verschlossenen Menschen gehalten. Allerdings hatte er bisher auch noch keine Geheimnisse vor seiner liebevollen, aber äußerst neugierigen Familie gehabt. Seine sechs Brüder und drei Schwestern, genau wie seine Eltern und sein Großvater, brannten alle darauf zu erfahren, mit wem er in letzter Zeit seine Wochenenden verbrachte. Und es freute ihn ungemein, dass sie nicht die leiseste Ahnung hatten. Ein Lächeln stahl sich auf sein Gesicht, während er durch Nord-Vermont fuhr. Von seinem Zuhause in der Kleinstadt Butler im Northeast Kingdom nach Burlington, wo seine Familie ein Haus am See besaß und wo er in ein paar Stunden seine heimliche Freundin treffen würde. Er wollte etwas früher dort sein, um noch einkaufen zu gehen, sodass sie sich dann entspannen und einfach die Zeit miteinander genießen konnten. Colton hatte für dieses Wochenende große Pläne. Es war das Sechste, das er mit ihr zu zweit verbrachte. In dieser Zeit hatten sie sich über jedes erdenkliche Thema unterhalten, sich viel geküsst und auch ordentlich rumgemacht. Letztes Wochenende waren sie sogar so weit gegangen, sich gegenseitig zum Höhepunkt zu bringen. Doch der erste richtige Sex stand ihnen noch bevor. Das wollte er dieses Wochenende unbedingt ändern, ehe er vor Begierde nach ihr noch den Verstand verlor. Er hatte sich alle Mühe gegeben, ihren Wunsch, es langsam anzugehen zu respektieren, damit sie sich nicht kopflos in etwas stürzten, wo sie so weit voneinander entfernt wohnten und so wenig Zeit miteinander verbringen konnten. Natürlich kannte er genug Leute, die über Fernbeziehungen jammerten. Doch erst jetzt, wo er es am eigenen Leib erfuhr, wusste er, wie beschissen so eine Situation tatsächlich war. Mit jedem Wochenende, das sie zusammen verbrachten, wurde es schlimmer. Wenn sie ging, blieb er mit dem Wunsch nach mehr zurück und im Wissen, dass er eine ganze Woche warten musste, bis er sie wieder sah. Bisher hatten sie Glück gehabt. Außer einem Wochenende, an dem er für die Beerdigung von Homer, dem Hund seiner Schwester, zu Hause geblieben war, hatten sie fünf Wochenenden miteinander gehabt, ohne dass andere Termine ihre Pläne durchkreuzt hätten. Doch er wusste, dass das über kurz oder lang nicht so bleiben würde. Sie hatten beide ein geschäftiges Leben, Familien und andere Verpflichtungen, die die romantische Idylle stören würden, an die sie sich in den vergangenen anderthalb Monaten gewöhnt hatten. Sie hatten sich bisher immer in der Mitte der Strecke getroffen. Heute würde sie zum ersten Mal zu ihm nach Vermont kommen. Da er noch nicht bereit war, sie dem einfachen Lebensstil auszusetzen, den er auf seinem Berg führte, hatte er seinen Dad um die Schlüssel zu dem Haus am See gebeten. Und das war vielleicht ein seltsames Gespräch gewesen, das er am Tag zuvor mit ihm geführt hatte. Während der zweistündigen Autofahrt hatte er genug Zeit gehabt, noch einmal über alles nachzudenken. Und er wurde den Verdacht nicht los, dass der Einzige, den er mit seiner heimlichen Romanze nicht hinters Licht führen konnte, sein guter alter Vater war. Colton hatte sein Vorhaben mit Bedacht geplant, als er donnerstags an einem für ihn ungewöhnlichen Tag in die Stadt gefahren war, um seinen Dad im Büro zu besuchen. Er hatte im Auto gewartet, bis seine Geschwister in die Mittagspause gegangen waren. Alle außer Hunter, der das Büro höchstens wegen eines Feueralarms zu verlassen schien. Nach einer Weile trat sein Dad aus dem Diner auf der anderen Straßenseite und ging auf den familienbetriebenen Green Mountain Country Store zu, der in der Innenstadt von Butler lag, wenn man die Elm Street als Innenstadt bezeichnen wollte. Colton stieg aus dem Truck und folgte Lincoln zur Treppe im hinteren Teil des Ladens, die ins obere Stockwerk führte, wo er und fünf der Colton-Geschwister ihre Büros hatten. Mit gesenktem Kopf huschte Colton an Hunters Bürotür vorbei und klopfte bei seinem Dad. Hey, grüßte Lincoln mit unverhohlener Freude. Sein Vater freute sich immer, ihn zu sehen, was zu den vielen Dingen zählte, auf die Colton sich in seinem Leben verlassen konnte. Das ist aber eine schöne Überraschung. Komm doch rein. Bis zum nächsten Mal.